So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Einpassungszocken. Bei Flory zockt. Wir sind immer noch da, wo wir beim letzten Einpassungszocken auch aufgehört haben. Wir sind nämlich auf der Insel Kark und da startet jetzt ein Jet. Kurz abbremsen. Da bricht gleich das Heck aus. Wir sind also immer noch da, wo wir das letzte Mal waren, auf der Insel Kark. Bis jetzt sieht es ja gar nicht mal so schlecht aus. Läuft nicht brillant, aber auch nicht schlecht. Macht auf jeden Fall Ratspaß und darum geht es ja hauptsächlich. Der Rest ist ja Nebensache. So, wollen wir mal los. Abheben hier. So, und das, was ich gesagt hatte, im letzten Einpassungszocken, wenn wir jetzt die Flaggen halten, bis zum Schluss können wir das noch gewinnen. Das scheint gar nicht so unrealistisch. Wir haben jetzt drei Tickets verloren. Die werden derzeit schon irgendwie, keine Ahnung, 40 oder so. Also, das läuft gut. Wenn wir das bis zum Schluss so halten können, dann sieht das gut aus. So, aber E fängt jetzt direkt an zu blinken. Dann stelle ich mich jetzt mal hier frecherweise hin und ärgere die jetzt mal richtig schön. So. Ich brauche Verstärkung. Dann können wir das Ganze hier nämlich zurückeroben. Ach, der Jet hat hier echt gekriegt. Wie geil. So, und dann erobern wir das mal hier zurück. Das wird jetzt unser Ziel, das Ding hier noch umzudrehen. Oh, nö, nö. Ich habe einen gepanzerten Heli. Und deiner scheiß Waffe kriegst du mich nicht. So, und tschüss. Ohne den Igler zu benutzen, aber dafür ist er auch zu blöd, oder was? Ja, dafür ist er zu blöd. Ach Gott. So, und da ist ein Panzer bei A. Mal sehen. Ist er jetzt zerstört? Nein. Zack. Der Fahrer rennt da rum. Der Fahrer rennt da rum. Zack. Ah. Nicht mit mir, mein Freund. Oh, ein Little Bird. Hallöle. Ich bin draußen. So, wenn er den Kill jetzt nicht kriegt, dann ist er echt schlecht. Dann ist er wirklich schlecht. Ich mache selbst nur was. Äh. Ah. Ja, dachtest du, ne? Scheiße, das ist echt fies. Fand ich mir in der Situation nichts sparen. Entschuldigung. So, wie sieht's jetzt aus mit der KD? Sechs Kills, sieben Tode. Ja, ist okay. Hab ich nichts gegen. Aber es ist ein schönes Match. Aber es ist ein schönes Match. Also, so von der KD her auch keine Hacker und so. Das macht dann auch wirklich immer Spaß. Aber manchmal gibt's dann wirklich so Runden, da ist da so Hacker verseucht. Das ist dann unglaublich, ehrlich. So, und jetzt haben wir schon fast Gleichstand. Na, der lange gewohnt, bis er abgeschossen hat. So. Da ich befürchte, dass das ein Typ in der Ila ist, versuchen wir jetzt mal eine lange Reichweite hier herzustellen. Und so müsste eigentlich reichen. Das ist zu lang für eine Ila. Also, Ila, geile Sache, aber Reichweite ist... Ja, das ist wirklich... Könnte, könnte länger sein. Keine Flares, keine Flares, zack. Und zwei Kills, wunderbar. Doppelter Kill, jetzt sieht's also wie folgt aus. Acht Kills, sieben Tode, fünfter mit 2511 Punkten. Und einer Ping von 31. Also, Internet spielt heute auch mit. Wunderbar. Frups spielt mit, Festplatte spielt mit. Rechner sowieso. Und Internetleitung auch, was will man eigentlich mehr? Ich krieg ja, ähm, bald meine neue Grafikkarte. Äh, 7950. Also, wieder eine AMD-Karte. Ich bin ja AMD-Anhänger Nvidia und Intel kommt mir nicht in einen Rechner. Ähm, werde ich vielleicht ein Unboxing mal machen. Müsst ihr Bescheid sagen, wenn ihr ein Unboxing wollt. Kann ich das gerne machen. Dann mach ich das natürlich sehr gerne. Von PowerColor ist die. Da startet ja ein Heli. Da seh ich doch an dem Staub. Ach Quatsch, der ist ja schon längst da oben. Komm schon. Das kann ich auch, mein Freund. Und tschüss. Ah, ha, 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 ha. Also, in echt will ich jetzt weiterleben. Also bin ich halt nicht, gar nicht gestorben. So, und kaum fühlen wir ganz leicht, verlieren wir schon wieder alle Flaggen irgendwie. Vielleicht machen wir jetzt mal einen kleinen Flag-Run. Ich weiß nicht. Lassen wir uns mal, das machen wir einfach mal. Lassen wir uns mal bei B-Spawn. Nehmen wir das Auto. Auch wenn es auch völlig ist. Wir sind halt viel schneller unterwegs, als wenn wir laufen. Und dann versuchen wir wirklich mal einzunehmen. Denn wir haben ja am Anfang gesagt, das Ziel ist es, hier dieses verdammte Match zu gewinnen. Und das wird jetzt echt knapp. Da kommt es jetzt auf jede einzelne Flagge drauf an. Und wenn wir die jetzt einnehmen, dann verliehen die Gegner schon wieder Tickets. Weil es geht ja nur darum, mehr als die anderen zu haben. Und das haben wir ja schon, wenn wir drei haben. Allerdings ist A jetzt auch schon wieder bedroht. Und da ist eine feindliche Mine. Was liegt denn da über mir? Och, du scheiß sicher Feinde. Ne, der wird zu mir. Das war die Mine, die, glaube ich, hochgegangen ist. So. Jetzt gehen wir zu Fuß. Das ist nicht so auffällig. Ab zu C. Komm, das müssen wir gewinnen. Jetzt ist Gleichstand. Acht zu Acht. Kommt schon. Ach, du Scheiße. Wird das knapp. Ach, du Scheiße. Wird das knapp. Scheiße. Kommt schon. Neutralisiert. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben mehr Zeit. Okay, drei Tickets. Fünf Tickets. Okay, jetzt haben wir die Märzer. Jetzt verlieren die Gegner gleich Tickets. Das sieht gut aus. Zwei. Eins. Und Null. Sehr gut. Haha, geil. Wir drei Tickets, die anderen Null. Am Ende des Spiels. Ja, Leute. Was für ein Ergebnis. Ziel haben wir geschafft. Das Match haben wir gewonnen. Tolle Teamleistung, muss man sagen. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Diese zwei einfach so zocken. Zusammen mit euch. Mit Battlefield 3. Und ich bedanke mich dann natürlich fürs Zuschauen. Ich weiß noch nicht, was es das nächste Mal gibt. Ich denke, das nächste Mal gibt es was ganz Neues. Dann probiere ich wahrscheinlich mal mit euch Need for Speed World aus. Also ich habe Need for Speed World, zock es auch schon lange und so. Ich habe da zwei Porsche. Aber halt mal ein einfaches Zocken von Need for Speed World zu machen. Das wird wahrscheinlich als nächstes Mal kommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.